Potzblitz, Sie haben den idealen Partner in Sachen Blitzschutz schon mit knisternder Spannung erwartet? Nun steht er vor Ihnen. Bernhard Heumader und sein Team von HB Blitzschutzanlagen planen und installieren Blitzableitungen der Sonderklasse. Das Tiroler Vorzeigeunternehmen hält nichts von Donnerndem auftreten, sondern sieht seine Stärken in den Feldern Qualität, Kompetenz und technischem Know-how. Der Elektrotechnikmeister punktet zudem mit persönlicher Beratung, Fernpreisen und ständiger Fortbildung seiner fachlich exzellenten Mitarbeiter. Des Weiteren ist HB Blitzschutz auf die Wartung bestehender Anlagen spezialisiert, denn auch die beste Blitzschutzanlage braucht regelmäßig fachkundige Überprüfungen und, wenn nötig, Reparaturen und Services. Vertrauen Sie dem Meister seines Faches. Zahlreiche zufriedene Privat- und Firmenkunden sind begeistert. HB Blitzschutzanlagen – jetzt mit Online-Unwetterradar. Zusammen mit Online-Unwetterradar